Rund sieben Jahre lang waren die Pochers ein Paar. Jetzt haben sich Comedian Oliver Pocher und seine Amira getrennt. Oder doch nicht. Vor etwa einer Woche konnten oder wollten die Pochers es nicht mehr für sich behalten und eröffneten den Zuhörer. Innen ihres Podcasts. Dass sie nicht länger ein Paar sind. Die Trennung hatte sich schon länger abgezeichnet. Schon Wochen zuvor war die Rede von einer Ehekrise. Oliver Pocher und Amira sind getrennt. Aber nicht ganz. Nun müssen Oli und Amira ihr Leben neu sortieren. Der Plan beinhaltet ein Team zu bleiben, gemeinsam für die Kinder zu sorgen. Vorerst auch weiter zusammen zu wohnen und zu arbeiten. Gesagt, getan, denn am Montagabend machten sich der Comedian und seine noch Ehefrau auf den Weg zur Live-Aufzeichnung ihres Podcasts. Sie fuhr, er filmte auf dem Beifahrersitz. Was Fans da schon aufgefallen sein dürfte? Oliver Pocher, von dem die Trennung nach eigener Aussage nicht ausgegangen ist, trägt nach wie vor seinen Ehering. Die Stimmung schien dennoch gut. Es wurden Fans begrüßt, Witze gemacht. Alles schien in Ordnung zu sein. Die Pochers. Erster gemeinsamer öffentlicher Auftritt endet traurig. Dann ging es auf die Bühne. Und da kippte die Stimmung dann, als Oliver Pocher Amira scherzhaft um einen Kuss bat. Stattdessen bekam er eine Umarmung. Ein paar Sekunden lief die Unterhaltung, scheinbar, normal weiter, bis Oliver Pocher bemerkte, dass Amira gegen die Tränen ankämpfte. Wieder umarmten sich die Eltern zweier gemeinsamer Kinder. Diesmal küßte der Comedian seine noch Ehefrau sogar liebevoll auf die Stirn. Es kam zu einer kurzen Unterbrechung, weil sie erst einmal ein Taschentuch brauchte. Jetzt hatte auch Pocher feuchte Augen. Nach dem Auftritt gingen beide dann erst einmal getrennte Wege, allerdings nur für Einzelfotos, statt gemeinsam zu posieren. Dann stiegen sie gemeinsam in ihren Wagen und fuhren davon. Ist da doch noch eine Versöhnung möglich? Wir werden abwarten müssen.